die titelverteidigerin sozusagen 87 kilogramm hier im zweiten versuch also war ja nicht dass ich 53 kilogramm im letzten jahr haben sie ja gesagt eine sehr verwandte gewichtsklasse quasi ja und ihr anfangs versuch ging erst mal in die hose die 87 kilo sie muss jetzt also noch mal ran wäre die führung für sie in diesem moment ja da macht sich dann richtig körper senkgeschwindigkeit groß das heißt sie ist schnell unter der handel bringt die handel dann auch genau in den schwerpunkt allerdings ärgert sie sich natürlich dass der erste versuch erstmal die binsen gegangen ist dadurch verliert sie ein bisschen den fahrplan